So, meine Damen und Herren, es kommt ein bisschen Ray Charles, leider habe ich meine Sonnenbrille heute vergessen. Sie kennen das Lied. Wer kennt das Lied? Ja, ich muss mehr Finger sehen bei dem Lied. Bitte. Ja, sie denken, sie kennen das Lied, aber ich sage, sie kennen das Lied nicht. Ja, meine Damen und Herren, sehr schön heute. Heute Abend, die Leiniger Land Band für Sie. Einmal einen kleinen extra Applaus für die Leiniger Land Band. Der Herr Waldteam auch zu uns. Jawohl. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Band noch mal im Einzelnen vorstellen. Und zwar, wir beginnen vielleicht mit dem Pianisten heute Abend. Der Mann mit den meisten Tasten. Der Mann mit den einzigen Tasten auch heute Abend. Und, naja, gut, stimmt, das Klappen oder Tasten, wie man es nimmt, eigentlich eher Klappen. Meine Damen und Herren, heute für Sie auch schon, ich weiß nicht, wie oft schon dabei heute? Schon ein paar Mal. Fünf Mal oder so? Also zum fünften Mal dabei. Bitte nicht wieder wählen beim nächsten Mal. Peter Schnur, meine Damen und Herren, am Piano. Ja, dann vielleicht einer aus der Stammbesetzung. Du gehörst zur Stammbesetzung der Leiniger Land Band. Du gehörst doch auch zur Stammbesetzung, oder? Meine Damen und Herren. Bitte? Ja, natürlich weiß ich das. Meine Damen und Herren, am S-Altsaxofon heute Abend für Sie. Andreas Valentin. Und heute Abend, er hatte den weitesten Anreiseweg am Kontrabass mit vier Seiten. Es gibt, glaube ich, auch keinen mit fünf Seiten, oder? Gibt es einen mit fünf Seiten? Ja. Gibt es auch? Ja, gibt es auch. Also im Kontrabass mit vier Seiten, meine Damen und Herren. Dann fragt ihr mal, wo es kommt nach sechs Seiten am Kontrabass? Nee, ehrlich. Er kommt auch mit vier Seiten aus. Er spielt mit vier Seiten so gut wie der andere mit sechs. Meine Damen und Herren, am Kontrabass für Sie heute Abend, Thorsten Steudinger. Und der Herr mit dem lautesten Instrument. Manche sagen ja, es wäre ja gar kein Instrument. Manche sagen, Schlagzeuger sind ja eh keine Musiker, deswegen ist er immer so ein bisschen außen vor. Und deswegen ist er natürlich traurig. Deswegen ist er so ein bisschen das Schlusslicht der Band. Er sitzt ja auch ganz hinten. Man sieht ihn eigentlich nicht so wirklich. Ja, ne? Ich spreche dir gerade aus dem Herzen. Ja. Meine Damen und Herren, drums and cymbals, meine Damen und Herren, Uwe Martin. Und dann ist er auch ein bisschen auf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020